der wünscht die küche oder wir haben unsere haare doch schon nächstes woanders abgebaut so es wird nacht wir sollten mal das andersrum gebot hätte ich mal hier stellen können so schnell noch abend essen und auch hier mit kreuz und quer gebautes haus Oh, da fliegt ein Vogel, den ich jetzt mal von meinem Balkon aus abschießen werde. Oder es zumindest versuchen werde. Ne, ist schon weg. Schade wäre die Chance gewesen. Die Fenster kann ich nicht durch, aber schade. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht schießen können. Schade. Durchsichtig hier. Durchsichtig, aber nicht durchgängig. So ein Vogelpokémon und Vogelpahl müssen wir uns auch endlich mal besuchen. Wird mal Zeit. Schauen wir mal, ob ich von hier oben komme. Ah, da ist das Ding. Neidung. Da kommen wir rüber. Mist, das ist tot, oder? Natürlich. Mit einem Lager. Nicht so eine cleverer Idee. Oh, da oben auf dem Turm ist aber was. Da will ich hin. Versteht nicht auf den Zinn. Wird mal Zeit, dass wir noch eine neue Waffe finden können. Und hier mal so einen Baseballpfleger mit der Hand haben. Hätte ich gehofft, ihn runterzuschubsen. Und er schubst nicht nicht runter. Na komm. Oh, oh. Wo du geschubst. Wir können nämlich von hier erreichen. Nice. Erektiert 2. Das mit dem Abbrechen klappt immer noch nicht so ganz. Lüften-Statue jetzt. Damit können wir das Lager bei der Statue ein bisschen aufbessern. Das Lager entweder uns selbst oder die Pals. Oh, ein Stein. Was für eine Seltenheit. Ja, ich glaube, die Statue war das. Wird mal die Pals verbessern. Die Presse muss stärker werden. Und wo macht das noch? Leider 8. Und wo macht das noch? Leider 8. Da muss ich das noch ein bisschen nächtiger machen. Das ist der Angriff 219. Ich will jetzt richtig zur Maschine machen. Plus 3. 219. 219. 219. 319. 319. 319. 319. 419. 319. 319. 419. 419. 419. 419. 419. 419. 519. 519. 519. 519. 519. Dann können wir das Funkgeschick machen. Ah, ja. Ich hatte doch gerade das D-Dream gemacht, sogar nicht. Oh, ich bin hungrig. Das geht ja nicht. So was mit der Läden wären Rüstung, können wir nicht rum? Und die Gespaute, alle müssen noch Bosse machen. Haben wir da nicht rum? Wenn wir auf dem letzten Parken großen Boss besiegen. Das können wir hier gerade mal ablegen. Wir haben die Gebäude nochmal gerade. Wenn wir die Sachen hochschmeißen, die wir unterwegs nicht pumpen. Wir müssen noch mal gucken, ob wir jemanden andrehen können. Und den Händler finden. Ah, da sind sechs Bauteile. Die Stoffkleidung, die ist wirklich so legendär, wie es aussieht. Das ist, ich glaube, das lohnt sich gar nicht. Und die Kleidung lieber hier. Das wäre ja wieder ein Downgrade. Ah, hier kann man ein bisschen was. Neue Rüstung. Was braucht man denn für das Lager? Eine Queen Box. Spiel Box. Das hier. Dann die Armbrust, die er umbringt. Und der Rest muss noch ein bisschen warten. Ein Holz Tor. Und man kann hier tollen Sachen schon machen. Ein Futterbeutel, die wir mal herstellen. Hier mal nichts hinlaufen. Die Armbrust können wir auch wo machen. Da braucht es wahrscheinlich eine spezielle Werkbahn für. Der Futterbeutel bringt jetzt was. Hm, naja. Eine enthackten Pistole brauchen wir mal noch bezahlbaren für. Das muss ich nicht mal machen, aber... Die Armbrust. Wo kriegen wir die her? Wir müssen wahrscheinlich erstmal eine Waffenschmiede machen oder so. Hochwertige Wärmspunkte. Die wollen wir noch nicht freigeschöpft haben. Oder doch. Bricht einer der unbekannten Umstände hier. Hochwertige Wärmspunkte. Das hier ist was. Mitlieg Wärmspunkte. Das ist dann wahrscheinlich eine mittlere Wärmspunkte. hochwertige werkbank herrn was doch ein teilbauen 15 holz nägel mach du mal weiter was ist das hier ich kann gerade gearbeitet wird hochwertige Werkkampf Auf jeden Fall noch mehr Metall Witzkuhl, ne, das machen wir nicht Und hier vielleicht schon mal ein bisschen Hier haben wir Nägel Erz Seckerotisch sortiert die Kisten 20 Volldrüsen 23 Volldrüsen 20 Volldrüsen Zinnägel 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 dann suche ich mal nach Metall, vollkommen ernst, vielleicht kann es ja nicht sein, du musst es irgendwo irgendwo muss ich einen Haufen geben, Stein, Stein, Stein ich muss doch irgendwo Herzfuckungen geben Stein Stein So, bis jetzt nur irgendwo Herzfülle da steigt Rauch auf ein anderes Lager wahrscheinlich Völkere Lager da kommt irgendwo Herz Das ist eine grüne Truhe Kriegt es da Herz drinnen? Nö Und da ist ein Herzklumpen Anders der Truhe, den wir schon besiegt haben und noch nicht geklämt haben Du musst dann später nochmal rein Fantastisch in Grand einen einmal drauf gehoben Oh, Bilder Motivation Nö Das ist der Gegend, dass ich abbau oder was? Da sollen sich beschwerend kommen Level fünf Tetra Das reicht erstmal. Irgendwie bin ich auch wild, aber. Oh, wieder eine Wilde. Ja, gerade eher nicht. Oh, ich sehe ein Ei. Volle Ei. Da soll doch mal hin. Das würde nie los. Aber hier soll ich auch gar nicht lang. Bein und hoch auch hier. Das ist doch ein Vorsprung. Eigentlich müsste das. Das müsste ja Kletterball sein. Müsste. Tut es aber nicht. Oh, noch mehr Eisen. Und ein Turm. Ich laufe von meinem Lager weg. Äh, der wird ziehen wir dran. Ich bin weg. Ey, ich tue euch nichts. Das ist ein Turm. Das ist ein Schnelle-Reise-Punkt, den wir jetzt benutzen. Sobald ich hier rausgemacht. Also nie, ich würde hier trinken. Das ist schon meine Idee trustet. Fantastisch. Ich bin schlafen. Ich bin woher zu gehen. Ich bin woher. Ich muss mir an die Tür hier oben rein himmern. Ich muss die Wand hochkletterern. noch mal zurück zurück ich vergaß, ich habe keinen Gehens auf den Berg, oder wo habe ich das gelassen? Zum Glück ist das nicht so, dass ich andere nehmen, Zeit bedienen, und dass man eine Ruhe holen kann Oh oh, das wird nichts das ist das ist Ah, hier drüben. Ich merke nicht, wenn man niedriger Ausdauer hat, wenn das Wasser wehen. Oh, da liegt es. Oh, praktisch. Oh, nicht gut. Nicht schon wieder. Wie oft kann man den Sebenfehler nacheinander machen? Ah, das gibt es doch nicht. So dumm kann doch keiner sein. Warte, wir hatten hier eine Schnellreise. Und da oben liegt das Zeug. 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 Offiziell im Arsch. Äh, ja, Lampal. Das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Ah, hier. Da liegt es. Ich dachte schon. Wir können das dann bald gucken. Äh, was? Was ist das hier? Schöne Scheiße. Ähm. Die Beeren übrigens nicht. Bisschen Wolle wegwerfen. Gehen wir so schnell wieder. Da geht es zurück zum Lager. Ach, hier sind doch die Netzen. Da geht es hin. Und hier werden alles verkaufen. Ist eine riesige Verarschung dieser... ...Stream. Was greift denn der mich hier an? Schönes Eingangston war hier gebaut. Müssten wir doch bestimmt genügend Erz haben. Könnte hier in unsere Nöte. Ja. Da geht es. Die Nöte, wir müssen aufbauen. Die Nöte. Daher geht es zur Nöte. Da geht es mir wieder langsam aufzuhalten. Töne. Ich bin noch die Nöte. Töne. Es gab es nicht mehr. Ich hab nicht mehr. Rütze und Metallbauen. Vielleicht kann ich ausgerüstet. Doch haben Sie. nicht gut wird hier mal was gemacht das kreisgesund und wundern Vielleicht kommen wir das nicht mal rum. Irgendjemand muss mal hier einen Teilbauern machen. Ich habe eine bessere Idee. Jetzt stehe ich mal hier von außen hin. Wenn die Paar sogar nicht mal dran kommen. Jetzt keine Ausrede mehr. Ich weiß nicht was das ist. Soll ich sie schubsen? Aber was ist da? Warum willst du nicht? Das kann ich doch gar nicht selber machen. Wir haben jetzt zwei Feuerpiles in Lager. Das eine weidet. Das andere läuft umher. Du musst mal mitziehen. Und da bitte. 15. Das ist ein bisschen schütteln. Ich habe es nicht 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 schütteln. Für die Herstellung wird hochwertige Werkbank benötigt. Ach, hier ist die Wittmitte Zeit angezeigt und ich sehe es nicht. Auch hier 10 Elben waren für. Ach, das dauert wieder ein halbes Jahr 100. In den Trappenpistole können wir da als nächstes machen. Noch mehr davon. Aber auch noch nicht weiter über sieben. Also, ich sage es, wenn ich die Körbülle so mache, ich habe also hier die Dämpfeitud zu machen. Hämmern wir uns jetzt an die Dänke Körbülle an! na komm eine glaube ich noch was soll gegen pols hinein was sind ganz später machen frech das klingt an der tür muss eine kurze pause machen kurz pause bis gleich wie dumm sind wir eigentlich ich meine man hätte am hochklettern können sich da drauf stellen und dann das wäre zu leicht ist zu einfach das macht man ja nicht jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen den Raumschlüssel ja oh nein das machen die ernsthaft oder gehen wir zurück oh mein gott sind die und die beiden brechen aus ausgerechnet die beiden wollen wir nicht doch drin brechen ich glaube es wäre sinnvoller also da lernen die vielleicht noch was nehmt den ganzen Weg nochmal zurück ja überhaupt nicht auffällig oder so wie aus Entner bricht aus um Entner bricht aus zu zitieren du kannst es natürlich versuchen aber wenn es nicht klappt dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist ja ganz ehrlich ich glaube ich glaube der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Pause ist sinnvoller als das sie anlauf und springen über die Mauer an einer niedrigen Stelle wenn der Wind künstlich steckt hallo warum sagst du denn nichts sagen wir mal so ich will dir davon nicht abraten wenn es nicht klappt solltest du es vielleicht als Signal werden vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer tja das fühlt sich schon irgendwie gut an einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden wie wirft man eigentlich Dynamit zu? äh du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste wie zündet man das an? mit L du sollst das nicht zu lange in der Hand halten ne irgendwie klappt das nicht aha ok oh dinke Maustaste ich glaube ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine ich meine warum nicht oh nein ich habe gerade eine Dynamitstange gerade gerade nach oben in die Luft geworfen deswegen habe ich auch nein gesagt ja ja das sollte man vielleicht nicht machen das habe ich auch schon getan ok hier müssen Beine ran ja ich meine wir haben eh unbegrenzt Dynamit von daher warum solltest du es nicht tun ja 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 natürlich ja ja diese Grundsatzung ein bisschen mehr Fanggefühl in der Stimme ja ja gute Nacht Eilers lave gut so gut spricht das so jetzt würden sie dir was bedritten ja weiter gehts Frechheit ich habe eine Pause eingelegt das Eheamt die Bau steht da nur ein bisschen im Weg klein bin ich klein bin ich so was jetzt mal hier gerade mache ich muss hier mal eine Tür rein wenn man wovon es absolut keinen Sinn gibt ach du Schreck und prallensafter muss auch noch früher später bauen jetzt muss da wieder ein Schreck äh was habe ich getan schreck muss da wieder rein machen sehr schön ok schnellst weg nach draußen du bist für Metallbahn zuständig hier kommen hier kommen nach ein Überfall na bitte es ist jetzt habe ich jetzt ausgerechnet warte ich habe eine Armbrust warte ich habe eine Armbrust warte ich habe eine Armbrust damit sie die Päde verschießen können sinnvoll das sind Polzen das sind Polzen und wo kommen sie denn von drüben kommen sie das sind ich bin weg ich bin weg ich bin weg bei der Arbeit. Oh, effektiv. Aber ich kann nicht mehr richtig angreifen. Schießpulver. Wer hat sich's jetzt? So, wie viel das können wir jetzt machen? Oh, ist gut, ja. Warum dauern die immer so lange? Das ist Leder brauchen wir. Oha, Federschmuck ungewöhnlich. Mach du da und du mal. Ich geh mal ein paar, das Leder um die Ohren ziehen. Davon brauchen wir sicher. Nicht von ihnen hier. Modi ist abgenossen. Und tut das auch. Egal. Egal. Wir finden den nicht. Und hier wollte ich die Metall abbauen. Ich bräuchte doch spezielle Bolzen. So, ne. So, ne. Ich kann die Feuerfeile benutzen. Aber die Feuerfeile halt nicht. Ich hatte nur einen Fallen. Auf Lager. Es hat keine Feuer auf der Brust. Waffenbuch. Skandalös. Ja. Da kommt. Attacker. Ah, das Leder. Ah, das Leder. Na, verdammt. Unwaffenbuch. Ja. Komm zurück. Nicht drunklos angreifen. Ich waffenbuch. Hungerig. Liefmuck tut sich schwer mit der Arbeit. Ich muss die ersten Mal ausgeliefert werden. Ich muss die ersten Mal ausgeliefert werden. Jetzt kommt es mal eine Pause. Wir packen mal ein anderes Lift mit rein. So ist man müß. Ein wundartiger Fuchs. Ich muss dir zeigen, was du zu machen hast. Ich muss dir zeigen, was du zu machen hast. Hm, das ist fertig. Das ist schlecht. Die 15 Leger-Bug ist doch nur. Ich versammelte das Metall. Für irgendwas. Das ist ja Not für... ...eine Bruchstücke. Okay. Ich habe keinen Zacken. Mit den Tickenbrotern schon ausgeliehen. Ich muss noch zwei von... ...und dann in die Tür. Das ist einfach so... Ich habe keinen Druck. Okay. Das ist einfach okay. Das ist einfach so. Wurzeln wir die noch mal gut. Ah ja. Wie freist ihn. 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 Ah, okay. Okay. Dafür ist es vielleicht gut. Ja, doch. Auspissungsbedürftig. Jetzt halt noch. Tch. Jeder. Und dann mal 10 mal nach. Was? Oh! Irgendwohnt hier was leer rügt. Kannst sie bestimmt nicht. Pilz. Ein Ledertier. Kannst sie kurz fangen. Sehr schön. Das bringt glaube ich nur Wasserdrüse. Deswegen fangen. Nicht wenn es auf dem Ozean rausfliegt. Und was ist das Lechtunschvorteil? Kommt raus an Land. Ach Mist. Ich will jetzt fangen. Vielleicht eins von denen die am Strand sind. Ach Scheiße. Irgendwie rein hier. Vielleicht das nächste. Nummer vier. Doch am Strand finden wir hier wenig lederbringende Tiere. Tiefend. Innofantenleder. Könnte ich auch sein. Nur nur Preilsaft. So den Entsaft können wir noch gleich bauen. Wie ist. Wie ist das Rüser? Wie ist das? Wie ist das? Die Kübelbox. Und so und mal wie eine Kübelbox machen. Um Essen frisch zu halten oder was? aber jetzt nicht mitbekommen dass das verdrückt wir müssen auch mal die 10 für kriegen wenn es tatsächlich den abgibt für unser team kann sie es wird richtung bei jungen was Ey, sind fünf da drüben. Ich hau doch immer ab, anstatt anzugreifen. Dann hau doch ab. Jetzt sollten wir irgendwann in die andere Richtung, dort nach oben und hier mal wieder hin und zurück. Diese Liffen muss, das hätten wir noch nie. Meine Fässer. Hier ist ein Voxpux. Ach man. Oh, Glieder. Ich würde es eigentlich fangen. Jetzt meine ich gucke, wie viele Lieder ich brauche. Ach Mist. Der Nettfliss Leder. Fangen die Töten. Ja komm, geh rein. Das gibt es doch nicht. Ich bin die Töten. Ich bin die Töten. Bögen. Oh oh. Ach, da geht es wieder zurück, von zum Anfang. Da ist doch irgendwo eine... Da beim Turm gab es doch eine schnelle Reise. Hm, Leder. Ein bisschen Eisen. Nehmen wir auch noch mit, würde ich sagen. Ja. 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 ein bisschen aufgebessert wird schicht gedreht wozu irgendwie was bauen wenn wir zum metallbanken gleich so unter weiß drüsen das woche noch ich stelle sie mal so unter dem kund in den Ofen dann kommen wir mal gleich viel guckst und dann kommen wir jetzt erstmal in den Kappen und dann was das Fleisch wozu sonst ist das gut verstehe ich es nicht ganz aber ok Lager 10 Kochtopf, Weizenfeld und Müde interessant hier können wir grad nix können wir kochtopf überhaupt schon müssen wir wahrscheinlich erstmal noch freisch halten irgendwo hier kochtopf hier kochtopf hier 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 Es liegt schon bei mir noch nicht wirklich. ich habe das trotzdem ein bisschen ins lager und das ist ja noch drunken Das waren sie Metallbauen, ja da brauchen wir noch ein Ticker, muss noch ein paar Wasser bis hin gehen. Dann kommt das nächste Lauf-Upgrade, ich meine wir haben gerade einen Armbrust bekommen, aber eine Handwaffe, denke ich, ob der hier oder hier Metallbauer was bringen könnte, ein bisschen was bringen. Feuerfellerarmbrust. Wir brauchen später für alles mit Metallbauen, müssen sehr viel Metall entzuholen. So Fleischerwelle. Dann würde ich mal sagen, kunde ich mal ein bisschen. Und dann glaube ich, da gibt es mal einen Schnellreiser. Zu dem Ausgangspunkt, wo wir schon mal warten. Und da ist auch ein Boss mit 15. Das werden wir nicht schaffen. Wie sieht das Team aus? Level 16. Level 11. Ja, trotzdem nicht. Eine Kirche wäre irgendwann mal ein gutes gelassen in Kirche. Ich meine, ich habe jetzt in der Burg mich hinter gelassen. Ich wäre aber auch gut gewesen. Und da war die Warnung, dass hier zu nahe ein Boss dran ist. Den klammere ich nicht nur ein zweites Mal. Jetzt gehe ich mal hier in diese Richtung. Oh ne. Das ist ein Pileshorn. Ich muss kennen das Fall. Du bringst eine Wolle. Oh ne. Wo hab ich da auch schon eins von? Kann man noch mehr von holen? Ich bin ja so ein flinkes Viech. Ich bin ja so ein flinkes Viech. Ach ne Scheiße. Komplett drinnen. Oh fuck. Komm jetzt aber. Extern beide für ausgegeben. Level 13 noch, vergiss es. Das kriegen wir nicht. Wir müssen was besiegt kriegen. Das ist ein hoher Berg. Der werde ich mal hin. Jetzt tief runter. Hier gibt es irgendwo eine Schnellreise-Statue. Bestimmt der Bosskampf da ganz oben. Wer wählt mir nicht. Unser Superpaar ist jetzt das hier. Das 8-Deer. Das haben wir gelevelt. Wir haben hier. Level 3 Wilder. Jetzt alleine hier. Ja komm. Geh rein. Ja komm. Ja komm. Ein wilderer Ruki. Unsere ersten Menschen. Okay. Ist der nicht, aber. Weißt du mal was der kann. So was wir dem anstellen können. Noch ein zweiter oder was. Einfach zwei Menschen im Lager. Brüderer sehen auch interessant aus. Ja komm. Na komm. Ah verdammt. Das war glaube ich ein durchstreffer. Nein war es nicht. Unser zweiter Wilderer. Bestimme ich auch nix. Jetzt weiß ich jemanden Schickbein gefunden habe. Jemals Lager zurück. Ich will daran die Arbeit schicken. Hier ist ein echt hübscher Böcke. Hier gibt es einen neuen Bereich. König. Lässt man hier auf den Berg klettern. Und den König der Löwen machen. Auf den Königs Felsen hoch. Da gibt es kein Checkpoint oben auf den Felsen. Wünsch die Kügel. Das kann doch nicht der Wünsch die Kügel sein. Wünsch die Kügel war das wo wir angefangen haben. Was packt. Nummer 2. Den ersten einmal ausgeputert. verdammt hoch hier das taucht die spitze los ist und das ist nicht der einzige jetzt mehrere hiervon nur drei düsteres wow Wow, die Sauersicht. Wow. Das ist wild. Der Horizont stört ein bisschen. Der Trüm ist der nächste Tum. Zweinsyndrikat. Trüm ist das nächste. Oh, riesiger Baum. Da noch und drum oben haben wir die Gebäude. Ich habe einen Ausblick, ob das was noch kommt. Das sieht auch wild aus, die Klötze dort. Wow. Wow. Das sieht nicht schön, weil das oben. Wo ist der nächste? In die Richtung. Das sieht hart aus, wie ein Schrein und unten. Soll ich mal den Selbstmord machen? Geht bestimmt schief. Wenn es nicht schief geht, dann wird es verdammt episch. Oh, oh. Wo war das letzte Safepoint? Das war glaube ich ein bisschen dumm. Oh, okay. Ach, das war's mir wert. Jetzt müssen wir da nochmal lang können. Boah, das ist die Aussichtspunkte, das hat mir gerade den Atem verschnallen. Ach, ich wollte den Nahrer nochmal, ach verdammt, da sind wir wieder unterwegs. Der Doris Baum macht mir Angst. Ich hab Elden Ring nie gespielt, aber... Uff. Wann zeig ich noch da? Oh, das ist ein Handy. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo das war. Stoß. 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 Jetzt sind wir auch zum nächsten Checkpoint, der ist in dieser Richtung. Na, da sind wir doch. Ich nehme die Punkt. Ich muss durch die nächsten Fräschheiten, die wir uns entfernen. Was lacht denn hier so? Pass auf, das Wort zusteuern hier. Das Finger des Eisvogels. Ich bin so am Arsch. Dungeon betreten. Ich habe 15 und vergiss es. Der macht uns wortwörtlich unter nur der Traum sind kalt. Der macht hier mal eine Schnellreise. Was ist das der Eisvogel hier? Er packt alles rum. Er packt alles rum. Eine Plänkchen. Ja, das wollen wir lieber noch. Das Spiel ist gerade ein bisschen überfordert. Was jetzt dringend man machen muss. Ach, die können nur arbeiten. Hm. Naja. Da. Noch irgendwer, der wenig kann. Fuchsberg zieht wieder rein. Die anderen können wir gleich mitnehmen. Ich hoffe wir uns kämpfen lassen. Können wir das? Das kann man versuchen. Ja, können wir. Man will doch alle der eins. Hier müssen wir noch einen Namen geben. Welchen Namen gebe ich dem denn? Moly haben wir ja schon. Bl Savior. Ich muss... Wal.' Ja. Wir machen die anderen Team. Wir müssen auch mal Namen finden. Bei uns müssen wir auch mal Namen finden. Ich bin auch mal... Wo auch mal... Das macht unser Will dran. Wo fliegen können wir denn nicht? Unser Mensch. Sehr schön. Keine Ahnung warum ich den W1 betreiben habe. Egal. Was kann denn der Mensch? Menschen sind keine Paar und haben keine Partnerfähigkeiten. Was? Angriff 100, Verteidigung 53, aber ist Tempo 70. Es ist gar nicht, den mit ins Team zu nehmen. Ich kann auf Buffet eine bedenkliche Menge an Energy-Dingsechsen, was seine Bewegung für eine bestimmte Zeit beträchtlich erhöht. Warte, wir haben die Paars falsch genannt. Ob man zweiblich ist, wie wirkt es. Passt besser. Das ist einfach. Passt einfach. Das ist hier eher, das ist mir eher. Bis wir ein Waschbär-Paar finden. Wen jemanden da. So. Haben wir dem Team einen Namen gegeben. Ich würde Max erstmal mitnehmen und ziehen. Schauen wir mal, wie er sich bewährt. Also was anderes. Erstmal ein bisschen trainieren. Finde ich eine gute Idee, dass man einen Menschen in den Plampf schicken. Will ich zumindest erstmal versuchen. Zum einen in den Lager und einen. Im Level 3 ja mitten im Sonne war egal. Noch ein paar Bälle. Ach, der hat jetzt geholfen. Was ist das für Bausachen? Was ist das für Bausachen? Hm, schon Level 2. Und sich gelevelt. So. So? So. So? So? So. So? 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 jetzt nicht nur gleich level 3 max super scheint es dem nacher zu nähern so essen beer amelden muss der besucher über den außerhalb des langes abfangen von der anderen seite nein das ist schlecht er ist gleich schon mal nager und versuchen den zu fangen bevor der nager betritt jetzt fast zu spät ach verdammt schon wieder getötet in level 1 viel zu schlecht tropische tracht unser mensch ist gesund aber arbeitet nicht was wird jetzt hier ja wir haben jetzt schon das Es gibt keinen Grund, nichts. Dann wollen wir es mal, das sind Bauteile, die wir verschwenden. Egal. So aussieht auch den Bild haben wir, weil es ist halt im Stuhl. Im Stuhl genug. Dann gehe ich mal wieder hoch. Hier noch rücken und reich. Ich muss hier mal weiter pumpen. Max wird er leveln. Dann können wir dann in den Bombenbereich. Dann können wir die Brücke nehmen. Ich finde, dass hier noch einiges ist. Der Himmel verruft sich in den Wolken oder wenn ein riesiges Master auftaucht. So. Da klitzert was. In der Sphäre. Wir brauchen die Brücke. Wir brauchen die Brücke. Wir brauchen jetzt einen Rücken. Benzin Oh, mehr Erfüllunger Groß kämpfen Oh nein Oh nein Er hat eine Waffe, die mich vom Verdammt Er lebt nicht Sorry, mach es, dass du zugucken musstest Jetzt damit kämpfen musstest Gebrainwashed 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 Das kommt auch nicht hinterher Elektro-Güse, interessant Gebrainwashed Gebrainwashed Das geht schief Hm, cool Gebrainwashed 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 Geht das jetzt, Urspunkt Er hat gekauft Ah, ja, tut's. Das ist aber auch sehr, sehr schwer zu kriegen. Ach, hier sind wir wieder. Meine Fresse. Da muss man aber einen Atem haben, den zu fangen. Ich weiß nicht, ob wir da jemals 10 vollkriegen sollen. Diese Abbrechen ist auch nur so eine Sache. Verdammte Axt. Den verschenke ich nicht. Doch verschenke ich. Ach, das ist... Ach, verdammt. Ach, verschwendet hier alle meiner. Den Rübenbanner. Na, kommt. Nummer 4. Bevor wir da über die Brücke gehen, werde ich mal in diese Richtung laufen. Immer noch ein bisschen... So, das Gebiet müssen wir gucken. Ja. 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 gesagt. Da sind die Brücke. Na, wohnen. Ich glaube, da kommt noch eine andere Brücke. Gut. Dass ich noch Tanz hieß. Checkpoint. Ich will mal schnell reisen. Ich bin doch bescheuert. Ich finde das stärkste Pal hier überhaupt zu sein. Ich habe hier ein anderes Pal gesehen. Das Wolfs Pal. Oha. Oh oh. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Da ja. Vielleicht das zweite. Aber das ist immer... Das könnte blöd werden. Nein. Ich bis Fange. Das letztendlich lieber nicht hier. Geht mal alles ein. Ja komm. Ja komm. Nice. das sieht nach einer deutlichen warnung aus ach scheiß drauf dieses tor hier hat der prallfreunde anrufe 20 wenn so am arsch mit uns angreifen ach du scheiße dieses greifen die mich an, wieder auch nichts böses, können wir Eier sammeln Ostern oder so, Mondsicher Strand, ich glaube wir sind hier deutlich zu unter der Welt um hier zu sein 15, nö, du, krass, hier sind noch, sind über meinem Level, Level 24 ich bin da mal weg, will nur mal den Checkpoint holen, hier ist, hier ist, hier ist einfach alles zu hoch für mich, Level 16, Level 17, Level 20, nö, um später hier wieder her zu kommen ich hau, ich hau schnell ab keine Chance, da sind wir noch nicht hin ich hab da schon mal einen Schnellreisebuch reingeschaltet wir sollten mal Eier hier zurück in die Richtung gehen so kleinen Dorf und so Richtung sollten wir uns weiter umgucken so ein Level 23 Plus, aber Strand sollten wir ein bisschen gucken was, ob hier meine Technologie gut kann ich hier mal, oh ja das Geschirr haben jetzt, da und da können wir können wir auch Wolfie mit ins Team nehmen das Spiel ist ja noch mit nur dem Exzess ich wünsche mir das, dass die Menschen auch irgendwie, das ist ja von den Wittlern, die ja, die auf Tokio gemacht haben ich wünsche mir, dass ich wünsche mir einfach, dass irgendwie die, die Menschen noch irgendwie, dass die Teamfähigkeit kriegen dass man noch einen Kampf einsetzen kann dass man da auch irgendwie ein ding für die krieg ist das nie da brauche ich dass man die mit einer special effect und kämpfen lassen kann wäre schon echt mega sonst gibt es hier keinen sinn dass ich den mit dem team habe eine box packen so hier mal der kundgrenze gut werden ich habe gerade kurz wie das andere jahr Ja, das Leben war hoch. So, oh Wolfi. Das hat noch keinen Eggtier-Sattel benötigt. Das müssen wir unbedingt machen. Eggtier und das Wolfsattel. Können wir das Eggtier vielleicht schon machen? Ich weiß, das ist anders, aber verteilbar. Haben wir da nicht welche Auflage gehabt? Ich bin schon wieder hungrig. Hat die jetzt Rüstung ausgeschöpft. Wir können Eier was brüten. Wir können hier raus prüfen. 39 Minuten? Ok, das ist ein Ding, die hier rauskommt. Wenn da mal nichts rauskommt. Das ist ein Ding, die hier 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 rauskommt. Das ist so hungrig. Ein bisschen Rot. Techno-Bipunkt wird ausgeben Die drücken wir mal nicht im Team, also so drücken ich nicht. Fleischerbein, dem ich gerufen im Paar es schlachten kann. Lass ich die Option streicheln zu schlachten. Das gibt die Option streicheln. Das gehe ich jetzt erst raus. Ich nehme erstmal den Speer hier. Bessere Spitze hat man. Schlachten tun wir noch klein. Wulsttumor. Ja genau das. Das gibt's zum streicheln. Das mache ich jetzt erst. Kann ich die streicheln? Kann ich mal werfen. Kann ich Team Paar es streicheln? Kann ich Paar es streicheln? Sekunde, 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 Sekunde. Ich kann Paar es streicheln. Ja komm. Betten. Und Quellen. Ja. Arznei. Nähert euch den Paar und öffnen das Menü. Menü öffnen. Streichen. Oh. Fantastisch. Das fällt mir jetzt erst auf. Können es einfach streicheln. Und dann geht es auch später die Möglichkeit schlachten. Füttern können wir es. Dann bin ich gelockt. So eins muss ich mal machen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen bloß. doch nicht abgehoben oder was da unten dann kann ich nicht streichen schade das muss aber auch mal ein update geben später preishaft läuft die wache bestimmt oder häufig streichen kathien preis dem so noch das noch streichen und jetzt jeder seine streche einheit kommen morgen nicht angreifen nein jetzt gar nicht ist gestrichet okay die streiche animation ist aber auch ein bisschen verboten strechen naja die streichen Du bist gestrechert. Sehr schön. Ich meine, ich habe die Moral ein bisschen erwöhnt. Streicher enthalten. Was habe ich jetzt erst daraus gefunden? Wie kann ich dich hier? Oh, schade. Ich würde nicht strechen. Da, dass die Strecke noch dazu so ungenau ist, würde es keinen Unterschied machen. Ich würde nicht strechen. Dann ziehe ich es mal da hoch. Noch ein paar Tiefenden. Ach verdammt. Wie? Der ist ausgebüxt. Tiefenden. Nummer 3 erst. Den Safte können wir noch nicht machen. Müssen wir noch ein paar Bosses machen. Bisschen Fleisch und Rolle. Ach. Wie ist das durch die Gegend Rolle? Teilbauen und Antike. Ja. Die Bauteile. Bauen wir jetzt. Müssen wir zum Händler gehen und die Brücken ausgeben. Können wir hier neue Specken entstehen. Können wir jetzt 30 mal hier zwischendurch entspannen. 1, 2, 3, 5, 7, 16, 17, 18, 20, 18, 20, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 22, 22, 23, 24, 23, 25, 20, 29, 24, 25. die sache musst du und wenigstens Sonst kommt der hier rein. Das ist Verbot, ich kommt der hier rein. Mal ganz kommentarlos. Das ist jetzt noch nicht schön. so dann hier noch ein bisschen brechen nur noch umgehen ach so ich würde hier in die richtung bis aufbrechen das bono 26 minuten schaffen heute nicht mehr wird jetzt auch bald schon verjahrend machen fritag können wir dann wieder länger machen da hat es mal von aqueduct hochtauber wollen wir sollten uns mal gucken beziehungsweise ein Viaduct. Wahrscheinlich eher ein Viaduct als ein Apokoduct. Ich glaube nicht, dass da Wasser lang fließt. Das ist viel wahrscheinlich ein Viaduct. Ein nur Statue. Das ist viel wahrscheinlich ein Viaduct. Aber das ist ein Viaduct. Das ist viel wahrscheinlich ein Viaduct. Das ist ein Viaduct. Okay. Das wird so ein Mammurest, irgendwann holen wir uns den Mammurest, dass du den Stand nicht wirst. Aha, die Mammure hier hat eine Basis oder was? Das hat sich verbessert, das habe ich noch nicht gemacht. Na komm, rein ist hier. Oh, die haben da wieder ein großes Par gefangen, das müssen wir befreien. Bist frei. Ich schätze hier aus. Ich werde auch einmal störtlich an. Was greift denn du mich jetzt an? Ja. Ja. Sehr schön. Wolf Nummer 3. Oh nein. Wolf getötet. Gut. Mit Leder. Gut gebaut hier. Was ist das? Ach. Elektro-Igel, Joel-Tog. Den wollte ich mir doch... Das ist so ein Wegrennen. Ja, komm schon. Ach, shit. Ich muss mir mindestens mal einen von ihm fangen. Oh, oh. Jetzt pinnen die jetzt, haben wir die Möglichkeit. Oh, ich will die gespalten. Okay, jetzt habe ich die Feuerbüste an. Ich muss hier wohl später nochmal wiederkommen. So eine Schande auch. Ich erfriere hier noch. Oh, da drüben ist noch so eine Statue. Könnte ich auch den Weg mitnehmen. Zum Glück haben wir 1018 HP. Ich halte noch ein paar Minuten aus. Ja. Hier ist auch noch einer. Können wir gar nicht mehr hin. Woher geht es noch hin? Jetzt sieht kaum noch was hier. und nach der frühe ist die pressung verdammt er ist ermordet so wussten jetzt der die rennen in die komplette fachrichtung verrecken dabei ich bin nicht zu weit von mir das sind check coins so machen wir das da wird ein Spätchen Na, ich würde zum Kuh danken. Drehschussbumpen können wir auch mal machen, dann machen wir schon die Armbrust, Metallspezucker, brauchen wir halt mehr Metall für. Ziehen Metallbaum, ich würde erstmal den Metallspeier machen, bevor ich dann auf die Werfzeuge gehe. Der Speer bringt es mal so gar nicht. Doch, der andere Speer bringt es mehr. Das rennt sich. Oh oh. Dann kommen wir hier rein. Alter. Ach verdammt. Tiefend. Mafia. Beeren, weil wir davon eh noch nicht genug haben. Ich habe mich nicht ausgerüstet so mit so einer Schande. Ich habe ihn nicht ausgerüstet. Ich habe ihn nicht ausgerüstet. Ich habe ihn nicht ausgerüstet. Ich sehe ihn nicht ausgerüstet. Ich habe ihn nicht ausgerüstet. Wow, die hält ein bisschen was aus. So, dann vielleicht mal dran denken, den mit ins Team zu holen. Oh, der Team ist schon ziemlich gut, vom Eingriff her. Nur 2 erst, wenn die nicht so schlecht gefangen sind. So, dann fährt er ja nicht. 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 Gehen wir gleich sperren. So richtig helfen tut er nicht, der Mensch. Die Schmieren dort oben. Wenn da ein Angriff kommt. Das schweigt mal. Angriff kann. Angriff 80. Angriff 50. Besonders der Baseballschläger. Auf jeden Fall kann ich den Steinsperr austauschen. Steinsperr kann ich sowas von entzogen. Vielleicht mal was probieren. Schon wieder hungrig. Sperren haben wir genug. Zwei von euch möchten sperren die Rücken. Du bist. Ganz mutig hier mal. Level 9. Könnte was werden. Ja der macht mir nicht Schaden. Na komm hier rein. Ah sehr schön. Best Ball. Caprizzi. Können vielleicht zwei von der Sorte fangen. Oh nein. Getötet. Tja. Caprizzi. Fleisch. Dreh und Bohren. Wenigstens eins haben wir. Den Speer ausgetestet. Schauen wir mal im Lager. Was das kann. Vielleicht können wir uns ins Team mitnehmen. Okay. So. 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 ftpff. Wer. That is what. I wonder if we can do this. He saw combined. There it is. das team aber hier arbeiten lassen und es ist nicht was tun bleiben Kannst du es sich abbauen, deswegen Du raus und du rein Das große Ding hier Platsch, 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 Platsch Die jetzt bewässern Sehr schön Und nachabbauen Na dann Will ich zum Schluss nochmal einen Ort aufsuchen Fand ich würde es so beeindruckend von den Ports dort beenden Ich glaube das waren andere Felsen aber Kannst du jetzt auch tun Das war durch der dort Das Pferde des Eisvogels ja vergiss es Später irgendwann Da brauchen wir noch ein paar Streams Wollen wir gleich nochmal sehen was noch vor uns liegt Und dann nochmal hochklettert sind Also Felsen Hat es so gehabt, dass das Bald der letzte Palwurz tun wird Äh, ne Ich bin so wahrscheinlich wieder ein halbes Jahr mit dabei Wahr wird es zu dienen Es war aber klar, dass das jetzt eine längerfristige Sache wird Jetzt glaube ich erst der vierte und fünfte Stream oder so Das ist wirklich beeindruckend Und wir kommen schnell voran Aber gleichzeitig ist auch noch so viel Die ganze Welt noch offen Das hat wirklich Beeindruckt ist dieses Spiel Wir sind ja heute in das Das ist ein Gebiet Bin ich ja schon froh Das ist das Das ist die Map Wir haben erst Das hier Den kleinen Fuzel haben wir erst Und dann geht es später auch so viel Höher Level Wir sind gerade schon heute in diesem Umweidgebiet angekommen Und da war schon Wer wird 20 Paar ist und so Das ist dann Langsam Hier gibt es noch Irgendwann haben wir Level 30, Level 40 Irgendwann ist der Wahrscheinlich dieser Mammur-Rest gar nicht mehr so wild Wenn wir dann mit den Automatischen Waffen irgendwie Automatischen Waffen hier rumballern Es wird halt immer krasser Das Outfit Die Waffen Die Kleidung hier Gegen den Kartoffelsack Und die Das ist das was wir am Anfang Glück getragen haben Ich meine Hier nochmal der Ausblick Das ist der Turm von Ein Rhein-Synikater Da müssen wir auch noch irgendwann Und wir schon immer ganz viel Ausdauer Und wir fliegen dort hoch Und von hier aus Das wird aber wahrscheinlich erst mal nichts Ich muss den Bosskampf irgendwann nochmal machen Da ist auch an den Ist immer so eine Statue oder irgendwas da oben zu finden Das ist auch nochmal die nächsten Streams mal hin Da oben ist auch noch was in die Richtung Das müssen wir auch noch erforschen Und in die Richtung Die Märkte waren auch noch nicht Da drüben ist noch ein Turm Da ist noch auf dem Gebirge Der riesige Baum Da wird es auch nochmal was geben Auf dem Gebirge Das ist noch so viel Diese Welt Diese Open World hier Das ist einfach Das ist der Strand Das müssen wir auch nochmal gucken Und das hier was wir wohnen sehen Hier können wir das Bereich Den Blickwinkel Da drüben ist das Dass ihr seht Was das Haus dort Das ist ein Lager Das ist das Das ist wirklich Das ist der Bereich Wir bisher erst erkundet haben Und das hier Das Das Hinter mir ist Das kommt Das Da hinten Das macht fast schon Ein bisschen Angst Damit man Das kleine bisschen Da drüben Von hier aus So mit den zwei Die fangen sich das Gar nicht so scheiß aus Ja gut Hier noch was Ja hier finden wir uns auch noch Sachen Nepal Decks müssen wir noch irgendwann mal vorstelligen Da sind wir gut dabei Na gut Ich sag danke fürs Zuschauen Und Na dann Wenn ich diesen Stream An dieser Stelle Ich sag, 윤ge Ja nur weinen An dieser Stelle ich ehrlich bin Ich sag, ich mal